Servus, ich bin der Günder, ich komme aus Drennambuja. Willkommen zu einer neuen Live-Reaction. In rund 10 Minuten beginnt der neue Super Smash Bros. Stream, bei dem der letzte DLC-Kämpfer des Challenger-Packs 1 angekündigt wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass es Dante aus Devil May Cry ist, liegt hierbei bei rund 95%, da wirklich jeder kleine Rantz darauf hindeutet. Den Chat kann man sich wieder einmal jetzt schon nicht geben, da anscheinend nicht einmal eine Person versteht, dass Smash Bros. nicht mal Filmcharaktere benutzt. Und ansonsten kommen auch nur so dumme Vorschläge und komische Salty-Kiddies, die sich aufregen, weil es noch nicht losgeht. Obwohl von vornherein 15 Uhr gesagt wurde und es ist 14.48 Uhr. Den Chat habe ich schon zugemacht, ich denke, ich mache ihn gleich wieder auf, so ein bisschen Salt nebenbei in der Wartezeit ist ganz lustig. Ich erwarte, wie gesagt, Dante aus Devil May Cry. Ich werde mir das Moveset angucken, Charakter, dann bin ich raus hier. Einen eigenen Wunsch kann man sagen, habe ich nicht. Also eigentlich schon, aber die Wahrscheinlichkeit dafür für den Charakter ist ungefähr so hoch wie die Chance, dass sie in... Ne, ich würde sagen, es ist wahrscheinlicher, dass sie in diesem Stream ein neues Mystery Dungeon ankündigen, als die dunkle Materie aus Super Mystery Dungeon für Smash Bros. Ja gut, ich würde sagen, wir warten jetzt. Ich gucke nebenbei mal in den Chat und gucke so, was hier das Schlimmste ist, was ich sehe, wenn der Chat lädt. Das sieht aber nicht danach aus, als würde er das. Stattdessen bringt er meinen Browser zum Absturz jetzt. Also viele wollen auch Sora aus Kingdom Hearts. Wie gesagt, die Fakten, nenne ich es mal, sprechen eigentlich alle. Für Dante verbinde ich jetzt nichts mit. Ich kenne auch die Spielserie nicht wirklich. Waluigi sagen auch wieder ein paar super Erste. Was ich auch toll finde. Ich habe schon so oft jetzt gelesen, Sakurai ist der fünfte Smash-Kämpfer. Ähm, Wasser ist natürlich auch super. Ich lese jetzt nebenbei einfach ein paar tolle Sachen vor. Donald Trump, ähm, Sora aus Kingdom Hearts ist jetzt kein Bullshit, sag ich mal. Den wollen viele. Ich weiß, dass ich jetzt hier auch nicht sagen darf, dass der Bullshit ist, weil Fragezeichen, wenn sich das hier angucken wird, lol. Äh, John Cena, Shrek, Gino. Leute, es kommen nur Charaktere, die zuerst in einem Videospiel waren. Okay, Ehrenmann. Dönerteller vor Smash. Okay, doch kein Ehrenmann. Sein zweiter Vorschlag nach dem Dönerteller war Krebs im siebten Stadium. Gumba fände ich sogar echt cool. Also, den würde ich mir holen und spielen. Fortnite habe ich auch schon viel zu oft gesehen, genauso wie Steve. Jetzt werden hier E-Sportler vorgeschlagen. Domtendo. Äh, der Smash-Ball. Es kommt Smash 64 Fox. Warum? Wenn, dann nimmt man doch Millie, oder nicht? Manche vermuten jetzt auch wegen der 3, dass es sogar 3 neue Charaktere angekündigt werden. Wenn das der Fall ist. Das ist ein Vorschlag, den fände ich sogar ganz cool. Jubanyan aus... Und dann sehe ich das da. Jubanyan aus, ähm... Yo-Kai Watch. Stalin wäre nicht so toll. Was ist das? Das ist jetzt das 8. Mal oder so, dass ich Jesus for Smash sehe. Okay. Genau. Mario. Einfach nur Mario. Paper Mario sehe ich nicht. Parma. Ey, diese Vorschläge. Acht Minuten noch. Esreal Dreamer. Glaubt ihr selber nicht? Es wird so kein Undertale-Charakter. Ja, irgendwer gibt sich jetzt im Chat als Domtendo aus und gibt sich dabei nicht mal Mühe. Der hat nicht den Nutzernamen und nicht das Profilbild drin. Aber schreibt erstmal Hallo, ich bin Domtendo. Miyamut. Junge. Junge. Dazu will ich jetzt echt mal was sagen. Ich weiß, es gibt viele Wünsche. Ich akzeptiere alle Wünsche, solange sie Sinn ergeben. Es wurden so, so viele Leute. Leute, es wurde gesagt, dass keine Filmcharaktere kommen. Warum sehe ich heute so fucking... Ich kriege gerade einen Discord-Anruf. Okay, Fragezeichen, man wollte seinen Mikro testen. Marcel Davies, Domtendo oder Hubi? Also, ich sag's so. Ich hoffe einfach, dass diese drei Finger nicht für Fire Emblem Free Houses stehen. So, nochmal auf Discord ein bisschen. Seid ihr dumm? Jetzt kommt hier irgendwie 20 mal Sans. Sans ist doch ein Kostüm. Das ist doch schon ein Kostüm. Ich hab sogar schon einen Sans Amiibo. Also, das wird mit jedem Stream schlimmer, der Chat. Jetzt mal im Ernst. Dieser Moment, wenn man vorspulen will. Greta Thunberg. Leute, es wird kein Waluigi kommen. Seien wir realistisch. Ja, wir sehen hier wieder nur Videospielcharakter. Doshinde Jam. Despacito für Smash. Despacito ist ein Lied. Der eine schlägt bockblind vor. Das wär geil. Komm, ich baller nochmal in den Chat. Ich hoffe nur, dass das nicht zu schlimm wird mit Lex. Warum einen neuen Animal Crossing Charakter? Wen will man denn nehmen? Fuck, ein Turtle oder was? Es wird halt sowieso Dante. Auch wenn jetzt in einem Discord manche behaupten, dass anscheinend ziemlich viel auch auf Sora hinweist. Digga, es wird kein Sans kommen. Es wird kein Waluigi kommen. Wenn jetzt gleich einer davon kommt. Äh, uff. So, ich hab den Chat jetzt zugemacht. Der eskaliert jetzt komplett, weil es jeden Moment losgeht. Kann auch sein, dass es bei manchen schon losgeht. So wie ich meinen Streamlag kenne. Ich schalte einfach den Chat aus. Ich hab hier alles aus. Dann werd ich nicht gespoilert. Und kann selber schön reacten. Aber es ist auch noch nicht 13 Uhr. Es ist schon lange. Aber nicht 3 Uhr. 15 Uhr. Wie war euer Tag so? Jetzt bin ich im Mauspad. Man merkt, ich bin ein super Alleinunterhalter. Vor allem, wenn ich kein Gameplay hab. Deswegen bin ich hier YouTuber geworden. Das ist uns ja wohl allen bewusst. Ich bin ja auch inzwischen so ungefähr auch mit meinen Reactions hier auf dem Level von Simon Unge angekommen. Und deswegen hier auch nochmal Grüße gehen raus. Danke an mich selber. Danke an meine Arme, die immer an meiner Seite waren. Und danke an den Boden, der mich nie fallen gelassen hat. Und natürlich ganz großes Dankeschön hier nochmal an mich selber. Ähm, ich weiß, dass ich toll bin. Wie gesagt, was laber ich eigentlich? Kann mir das jemand erklären? Das bin ich so kurz zusammengefasst, dieser Clip. Ich laber irgendeine Scheiße, die komplett selbstverliebt klingt und komplett ironisch sein soll. Und zwei Sekunden später schiebe ich hinterher, was laber ich eigentlich? Günther in a nutshell, würde ich da mal behaupten. Mal sicher gehen, dass ich hier nix irgendwie pausiert hab. Die ersten Dislikes gehen schon raus. Wahrscheinlich, weil sie bis jetzt noch nicht Fortnite angekündigt haben. Also Fortnite Default Skin. Also ich muss sagen... Ähm... Fortnite Default Skin. Ganz kritisch. Ich erwarte aber ja sowieso nix, das mich so begeistert. Ich bezweifle ehrlich gesagt von den Leaks, von dem was möglich wäre auch, dass ich mir den Charakter holen werde. Dann wäre Banjo fürs Erste der Einzige, auch wenn ja bereits angekündigt ist, dass noch weitere kommen werden. So, meine Uhr zeigt 15, das heißt jeden Moment wird es losgehen. Quality passt so. Hoffentlich hält das hier mein Browser durch. Mit Frage... Mit Frage... Kommt übrigens am 29.02. Dieses Gast. Achtung. Okay. Digga, warum sind das Bier-Controller? Nein. Warum sind das Bier-Controller? Wer ist es? Der weiß das schon im Voraus. Der weiß das schon im Voraus. Dann zuerst Devil May Cry oder Sora aus Kingdom Hearts. Es ist soweit. Die letzte Ankündigung fürs Erste. Ich kenne mich nicht aus. Nein! Das ist nicht Fire Emblem, oder? Ich kenne mich nicht aus. Wenn das nicht Fire Emblem ist, tut es mir leid. Aber wenn das Fire Emblem ist, tut mir Nintendo leid. Er gesagt, kein bisschen. Das ist Fire Emblem. Ich kenne mich nicht aus. Wenn du und ich eins sind, bin ich auch in diesem Voraus. In Zeit, unsere Hör und Geist werden uns nicht mehr sein. Bist du bereitst, um sterben? Ich dachte so viel. Ich will auch nicht sterben. Und trotzdem... Es gibt keine andere Wahl. Du musst bei Smash einstehen. Ihr seid doch... Du musst in Smash Brothers mitkämpfen. Das ist ein Aus... Was zum Stück ist dieser Trailer? Leck mich! Einfach noch ein fucking Schwertkämpfer. Ein fucking Fire Emblem-Schwert. Bitte sag, dass das nur ein Prank war. Ja, genau! Zu viele Schwertkämpfer! Du hast auch die Schwertkämpfer? Was machst du? Huh! Also, das ist wie du planst, um den Tag gewinnen? So be it. Ich werde deine Schwertkämpfer in dieser Zeit gewinnen. Wie ist das? 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 Oder du schimmst in der Kanal? Wie ist das? Oh-oh! Ja komm, mach halt noch höhere Range. Ja klar, Critical Hit Komm Ihr Vollidioten Ich will Discord grad nicht sehen Ähm, was hatte ich übrigens vorher gesagt? Ich bin zufrieden, solange es nicht Fire Emblem ist Ja, die liegt zu weit weg Ach, Januar inzwischen, das wird vorüberlegt Aber die Sache ist tief Warum sollte es nicht jucken? Ähm, das ist die lange Form für das, was vorhin jemand prediktet hat Krebs im siebten Stadion Ich muss gerade mal wen anschreiben Am besten Sprachnachricht dürfte mithören Dieser Haufen Scheiß Er hat mich schon zugespampt Ich bin hier gerade bei Live Reaktion und schick nebenbei Sprachaufnahmen Ich habe keinen Bock mehr Ja Ähm, ich muss kurz meinen Benachrichtigungston anschalten Ich bin hier 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 jetzt auch nebenbei am Ende Doch, da kann ich mich sogar sehr drüber beschweren Doch, da kann ich mich sogar sehr drüber beschweren Ich bin hier Ich bin hier Ich bin hier Ich bin hier Sehr seltsam. Willst du mich wachsen? Erklärt... Sakurai, was ist mit dir? Digga, dieser Typ erklärt uns jetzt gerade das fucking Binärsystem. Ich kann die Zahl auf 1023. Wenn ich die Zahl auf 1023 bin, dann schreibe ich auch mal ein Audio. Hat Sakurai gerade wirklich eine Minute das Binärsystem erklärt? Ich bin von Bérez. Ich bin von Bérez. Ich bin von drei Jahren in der Schule. Ich bleibe jetzt erstmal dran, weil ich hoffe, dass noch was anderes kommt. Ich bin von Bérez. Ich bin von Bérez. Ich bin von den Schwierigkeiten. Das stimmt. Ich bin ein paar Routen, die sich in den Routen verwendet hat. Das ist also ein paar Mal anders. Die Leute sind sehr unterschiedlich. Ich möchte euch das Ganze in den Routen ansehen, um die Frage zu machen. Ich möchte euch das mal vorstellen. Ja! November haben Sie das auch genommen. Halt die Fresse! Mit dem Ton müsst ihr auskommen. Jetzt hat er mir ein Audio geschickt. Muss das sein? Zumindest langsam. Oh Gott! Gott! Diese Range! Das ist mir Flachsinn! Und das ist noch ein neues. Und dann die Recovery, das ist fucking Fire Emblem, Schwertkämpfer mit anderen Wappen und Nerven Recovery. Und dann geht es weiter. Ich hoffe, man hat das süß. Komm, noch mehr bitte, noch mehr Range. Natürlich noch ein Tipper. Ja. Der Lichter ist das. Aber was ist denn das? Seems legit. Und das Knockback gerade sah auch legit aus. Ja, als neutral er die nächste Runde, nur nicht nach unten. Aber es ist nicht so gut, dass es nicht so gut ist. Also, hier ist es gut. Aber es ist sehr großartig. Jetzt gibt es den Schiffen. Masu-Aibur. 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 Mhmm. Natürlich. Ich gucke auf die Prozente. 23. Und der war nicht aufgeladen. Mhmm. Ist klar. Falkon-Punch mit Super-Rüstung, der Bowser auf 60 killt. Mhmm. 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 Es ist eine Werteilung. Der Künstler hat sich von der Verteilung der Künstler, aber es ist ganz einfach so ein Werteilung, die Künstler hat einfach nicht geschehen. Das sind neue Stages. Oder? Oder ich habe die Stage verwechselt. Das ist ein Werteilungsgericht. Das ist eine Art Künstler. Das ist ein Werteilung. Nein, nicht Palutena mehr, Runde 2. Das ist Palutena mehr. Ja, genau. Wie viel ist das? 20 oder mehr? 29! Mit einem Projektil! Dieser Charakter wird schon wirklich Spaßig! Das ist wichtig für die Übersetzung. Die Übersetzung ist ein Spiel. Das ist die Übersetzung. Das ist die Übersetzung. Das ist die Übersetzung. U-Lag Aha, das ist ein Blatt, anscheinend Vor zwei Sekunden habt ihr noch gesagt, wenn man wissen will, wer das ist Achso, nee, dann war das dieses grünhaarige Mädchen da Nö Sieh den Großteil ihrer Zeit Ah ja, das ist mehrere Bereiche Nachmann, Ihm, lich, äh, meine Begeisterung in diesem Spiel. Das ist der Präzis-Präsident. Ich dachte, wenn ich auf dem Kopf bin, dann... ...dohnt... ...dohnt, aber ich habe mich in den Schrauben. Der Kieler der Gäste ist die Vordergräste des Mähen-Bedlust-Eir-Gardes-Grades-Grades-Grades-Grades-Grades-Grades-Grades-Grades-Grades-Grades-Grades-Grades-Grades-Grades-Grades-Grades-Grades. Das ist nicht so, dass wir uns in der Vordergräste des Gästen. Denkst du, das juckt mich? Cool, hier gehen wir jetzt auf die Punch Art Stage. Super. Jetzt geht es um die Rennlack-Basche, aber es geht um die langen Städte, um die langen Städte zu gehen. Hier ist die Brücke von Eldin. Die Gäste sind die Hirschu-Klasse. Wir haben also hier einfach mehrere verschiedene Stages sozusagen zusammengeklatscht. Das erste war einfach so eine klassische Walk-Off-Stage, like WeFib-Studio, danach hatten wir die Punch-Out-Arena, dann die Brücke von Eldin, fehlt nur noch der Dom an, was ist das angelegen? 40-Kanal, die sich noch ein paar Körnern zu haben, ein bisschen was für die Beklein ist, dass es so schwer, wenn man sich das an der Beklein ist. Es ist ein Körnern, die wir in der Beklein sind. Das ist die Besuchung, die wir im Hintergrund haben. Es ist ja eher einfach, dass es sehr lange ist. Die Schmutter am Ende des Schmuckern oder so ist es nicht möglich. Ich denke, ich denke, es ist die Kielschuhr-Klasse. Let's starten! Digga, ist jeder Bereich der Stage-Walk-Off? Ich denke, dass die Kielschuhr-Klasse, das er eine Siege, die sich für Eure zu streuen. Das ist die Möchle und der Flanzen. Sie sind in der Flanzen. Wir klären die Kielschuhr-Klasse. Sie sind die Kielschuhr-Klasse, und ich denke, dass die Kielschuhr-Klasse so viele. Da ist die Kielschuhr-Klasse. Hier ist der Ende der Schuhr-Klasse. Das ist die Eier von der Zwischenzeit. so kann man das nur mit einem großen Wettbewerb durchsetzen. Es wird ca. 2,5 Minuten. Das heißt, man braucht 10 Minuten im Kampf, um alles durchzuzocken. Ich denke, wir wollen mit dem Team mit dem Team von Fire Emblem, von dem Team von Fire Emblem. Es war genau 5 Personen. Jetzt geht's, Joker! JOKER! Und JOKER! Und JOKER! Ich bin jetzt auch noch so ein Koffer. Was ich jetzt noch? Ich glaube, dass ich das jetzt nicht so mache, dass ich es nicht so mache, dass ich es nicht so mache. Aber es ist so eine Koffer, wenn ich es nicht so mache, Das ist ein Wettbewerb, aber es ist ein Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb. Okay. Ich will die Feuerwehr. Der Mann! Das ist das einfach. Das ist gut. Sag mal Sakurai, spammst du gerade Projekt. Ich ziele. Wenn du so? Ich will nicht mehr auf der Welt. Okay. Ich habe einen Suckerball. Bomben kommt. Okay. Oh. Oh Mutti! Diese Texte! Sagte der gerade, es setzt sowieso keiner Geschosse ein. Was machst du hier die ganze Zeit, Sakurai? Wieder ein kleiner Leck. Aber ich muss nicht verletzen. Oh, das ist ein kleiner Leck. Noch ein kleiner Leck. Was machst du hier? Noch ein kleiner Leck. noch mal als ob der cpu so schlau wäre der gg einfach den scheiß cpu ende so schicka saril oma qi tue des fire emblem no series des karamu ziek es manchme ansi es manchme 今回追加される楽曲はもともとの曲が多かったので それを主体にしつつこのようになっております 今回の追加楽曲は11曲です メインテーマのアレンジもなされていてそれは英語版と日本語版の奏法を 内包していますこちらもお楽しみいただければと思います スピーデスポートも続きです スピーデスポートも続きです ファイアンブレム それとも代表的キャラクターやキュウチョウを設定してみました ソチスがレジェンドになっていますね またカチャガリラントーでは モンショウのケーフという名前で ファイアンブレム歴代のステージを楽しむことができるようになっております その最後の戦いはマスターハンとフレジェンドになっていますけど ちょっと愉快なことが起こるので ぜひ見てやってください 次はミイコスチュームです こちらをご覧ください 2人のヒントラストを押していきたいと 2人のヒントラストを押す 3人のヒントラストを押せるので そこに動きしていくので それがいいと思っています それで、きだめ人が見ると 1人があまり遅れのヒントラストが出来ます 3人があるインに会長とも 確かに多くのモデルをキャッチしています ほんとにヒントラストができるので きやすいので Pfff! Megaman. Kommt gefühlt immer in Megaman-Kostüm, oder? Das sieht aus wie der fucking normale Megaman. Und was? Huuuuch! Ach so, auch Kostüm. Ich dachte jetzt kurz, es kommt noch ein Ankünd. Das heißt, nachdem sie Fans schon hatten. Nachdem sie Fans schon als Kostüm haben, haben sie jetzt auch die Cuphead-Main-Charakter Tassilo gebracht. Vielleicht der nächste Fall-Moment für viele. War's das? Inklusive Cuphead-Musik. Den Kampf habe ich mal gespielt. Ich habe mal beim Freund ein bisschen gespielt. Das erste bisschen. Warum? War's das? Wely... Wely... Enfaltengen von Kostüm, die ich finde, das neue Erbäude im Kostüm hatte, und zwar die Wely-Main-Charakter sind. Die neue Erbäude-Main-Charakter Tassilo pro Tier, ist es Kostüm hat mir nicht gewonnen. Wenn Sie jetzt mal bei der Kostüm unter Welyrege. Das ist ein Trennisch, der Fighters Pass. Die DLCs waren alle, in irgendeiner Form. Und was ist genau jetzt der große neue Spielstil? Und was ist genau der große Spielstil? Ich glaube, wir haben noch ein paar, zwei Stück in den Spielstil. Schauen Sie sich hier an. Hm, Paterpest 2. Das wissen wir ja schon, da kommt noch was. Hm? Sogar noch größer. Werde in Folge bis Dezember nächsten Jahres. Mal gucken, vielleicht hole ich mir da mal den ganzen Pass. Das ist halt das Risiko, wenn ich mir den hole. Die stehen schon fest. Auf Deutsch haltet die Presse auf Twitter. Kommt drauf an. Ich will sehen. Leck. Super. Super. Ich dachte wieder so ein Kämpfer wie die Piranha oder so. Das wissen wir nicht. Das ist halt das Problem. Es ist ein Wettbewerb von FIETB-Litern. Es ist ein Wettbewerb, aber es ist ein Wettbewerb von FIETB-Litern. Aber wasst es, FIETB-Litern ist, wasst du noch keine Rolle? Es ist ein Wettbewerb von FIETB-Litern, an wie ich das Team für die Eierkinder herumfahre. Ich fühle mich eigentlich mit keinem davon wirklich verbunden, Banjo-Kazooie finde ich gut, dass die drin sind. Ich bleibe nicht dran. Mir reicht's für heute, ich bin fertig mit dem Leben und hab keinen Bock drauf. Tschüss.